Zahlreiche Polizisten sollen am Samstag bei Zusammenstößen mit Demonstranten im französischen Departement Savoie verletzt worden sein, nachdem ein Protest gegen eine Hochgeschwindigkeitsbahntrasse in Gewalt umgeschlagen sei, so die Behörden. Einzelne der etwa 2000 Demonstranten bewarfen die Polizei mit Steinen, die ihrerseits Tränengas einsetzte. Ein Demonstrant wurde laut dem örtlichen Präfekt verletzt. Die Gruppe Les Soulevements de la Terre bestritt diese Zahl am späten Samstag und sprach von 50 verletzten Demonstranten, von denen sechs ins Krankenhaus eingeliefert worden seien. Innenminister Gérard Damanin twitterte, bei Grenzkontrollen seien im Vorfeld 400 Gegenstände wie Messer oder Hämmer gefunden worden, 96 polizeibekannte Personen seien nach Italien zurückgeschickt worden. Tausende Demonstranten, darunter auch Klimaaktivisten, waren zuvor friedlich durch das südfranzösische Tal gezogen, um gegen einen jahrzehntealten Plan zum Bau einer Zugstrecke zwischen dem französischen Lyon und Turin in Italien zu protestieren. Sie beklagen, dass der Bau der 270 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecke, zu der auch ein 58 Kilometer langer Tunnel gehört, für schwere Umweltschäden sorgen würde.